Sackos Gassos. Oh, wie sind hier keine Todesfallen drin? Dann hab ich verloren! Ah, hier geht's raus. Das ist aber auch ein schöner Garten. Was haben wir da? Mann, du sollst das an... Ah, falsche Seite. Toll. War schon immer ein Fan von großen Labyrinthen. Ja, ich nicht, weil ich absolut keine Peilung habe und ich mich sowieso nicht orientieren kann. Scheiße! Nein, du kannst... Was, das ist ne Sackgasse! Und jetzt? Hör auf zu meckern, Lieselotte! Meine Güte, immer dieses Gemeckere. Und wenn's ne Sackgasse ist, dann ist es ne Sackgasse. Meine Güte, dann sieh es ein, Jamie. Kommst du schon irgendwann mal raus? Geh'n einfach... ...den Weg entlang. Echt jetzt? Hier will ich echt nicht sein. Ach! Jetzt gehen wir hier rum. Ich habe keinerlei Ahnung, ob ich richtig bin. Ich laufe ja einfach irgendwie... ...irgendwo rum. Aber es wird zunehmend düsterer. Und wenn ich im Kreis laufe... ...ja... ...dann... ...sind wir ne Sackgasse. Ich hoffe, dass der Typ uns nicht verfolgt. Oh, Puppen, yay! Da liegt was. Acetel. Lesen. Lesestunde. Ich weiß, er ist dein Sohn. Aber ich habe dich deinetwegen geheiratet und nicht deines Sohnes wegen. Außerdem liegt es in der Verantwortung deiner Ex-Frau, ihn davon abzuhalten, etwas Dummes zu tun. Nicht meiner. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich wegen dieses Ausflugs jetzt schon depressiv. Ich hatte etwas anderes im Kopf, als du meintest. Du würdest mich auf eine geheime Insel entführen. Mir ist es egal, dass er Harrison Lee, der berühmte Horrorautor, ist. Du arbeitest nur für ihn. Ich muss so tun, als wenn sie gerade ausschöpft. Du musst nicht auch noch mit ihm Urlaub machen. Können wir etwas Zeit nur für uns zu zweit verbringen? Cecile. Ah, halt, halt, halt. Rückseite. Rückseite. Dass sie dann immer das Taschenlicht ausmachen, also die Taschenlampe ausmachen müssen. Ha! Lieber Kurt. Toter Name. Ich dachte, es wäre einfacher, dir zu schreiben, weil ich mich zu sehr aufregen muss, wenn ich versuche, darüber zu sprechen. Ich bin am Ende. Du weißt, dass ich mich mit Thomas nicht verstehe. Ich begreife nicht, warum du ihn überall mitnehmen musst. Sagst du ja selbst, dass er ein schrecklicher Albtraum ist. Und es macht mich fertig, ihn ständig in meiner Nähe zu haben. Okay. Jetzt haben wir gelesen. Fertig gelesen. Ich habe noch eine kleine Theke. Ach du Scheiße. Das wird abstruser hier. Das sieht mir so ein bisschen nach Falle aus. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie am Zentrum. Sackgasse. Gehen wir mal den Weg. Wer hängt hier eigentlich immer diese zusätzlichen... Aha! Ah! Off, on. Aber kein Schalter. Oh Gott, ich muss ja auch einen Stromschalter finden. Alter, ich verlaufe mich doch hier jedes Mal. Oh, soll ich wissen, wo hier so ein dusseliger Stromschalter ist? Gottes Willen. Gottes Willen. Ich werde mich hier beruhren. Ich glaube... Boah, ich habe so einen Bammel, dass der Typ hier gleich vor mir steht. Ich weiß ja nicht, ob der hier auch rumläuft. Alter. Diese komischen Gruselbilder, die überall rumhängen. Meine. Herren. Keine Ahnung, ob ich... Ich beweis es nicht. Oben rüberklettern ist keine Option. Da ist Stacheldraht. Da hat gerade was geblinkt. Ah, hier bin ich. Boah, meine Fresse. Alter. Alter, Falter. Boah, jetzt ist mein Puls ab auf 180. Mein Herr. Ach, jetzt bin ich auch noch wieder hier. Okay, werfen wir noch einen Blick drauf. Da ist dieses komische Ding. Das haben wir ja vorhin gesehen. Aber wo ist der Stromschalter? Oder ist das Banane? Aber wo sollen wir denn sonst hinkommen? Ich habe absolut keine Pilo. Mehr als alles absuchen kann ich ja auch nicht. Wie ich schon sagte, wir werden noch eine ganze Weile hier sein. Alles nur, weil ich doof bin. Na, was heißt doof? Ich verlaufe mich halt. Sehr gerne sogar. Haben wir hier überhaupt schon? Ja, da haben wir das gesehen. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Sackgasse. Ich hätte mir vielleicht einen Screenshot davon machen sollen. Okay, wir gucken jetzt links und rechts. Wir grasen jetzt einmal alles ab. Okay, wir haben mal ein Teddy. Spielzeug. Okay. Oh weh, das Spiel verlangt von mir, dass ich mir diese Wege merke. Oh weh, der rennt hier rum, ey. Wie das so? Könnte auch der Schalter drin sein in dieser dusseligen Kiste, aber nee. Man guckt ja nicht nach. Ach nein, oh nein, oh nein, oh nein, bloß hier nicht. Also ich bin hier gleich alles abgelatscht. So, hier war dieses komische Schaukelpferd. So, aber Millie verschaffe ich mir auch ganz guten Überblick. Über den ganzen Mist hier. Kerzen. Hier komme ich hier wieder zurück. Das ist aber auch nicht Sinn der ganzen Bredouille hier. Hä? Lasst uns irgendwas dahin animieren? Wie wär's mit einem Kleiderbügel? Eine Garderobe. So, 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 so Kleiderbügel-Garderoben-mäßig. Könnte man ja vielleicht auch mal übertasten, ob da nicht hier irgendwas oben drauf liegt, weil es nicht auf Augenhöhe ist. Aber nee, wofür? Aber nee, wofür? Das möchte unsere Jamie nicht. Nein, das möchte ich nicht. Oh, hier war ich noch nicht. Nichts gesagt. Bammel kann ich später noch schieben. Hier ist nichts. Ah, hier geht eine Treppe hoch. Ja, perfekt. Da blinkt was. Das ist doch der Hebel. Ja, nimm mit. Nimm ihn mit. Danke. Aber für was benutzen wir den jetzt? Welchen Schaltkasten? Hier gibt's mehrere. Wir haben einmal diesen. Ah, Moment, 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 Moment. Hier konnten wir auch noch lang. Haha! Münze. Sieht mir nach Münze aus. Sie greift so, als wäre es eine Münze. Wie viel? Zehn, sehr schön. Habe ich das vorhin echt nicht gesehen, das war hier. Entlang können. Muss ich ja eigentlich nur gleich den Stromkasten folgen. Ich muss ja erstmal den Strom anschalten. Oh, bitte. Kein Jumpscare jetzt. Madame passt da nicht durch, weil es so dick ist. Also, ich meine, das war hier irgendwo. Oder auch nicht. Ah, hier, 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 ja, 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 ja. Oder? So, hier haben wir schon mal das eine. So. Da machen wir das. Ja. Ja, richtig. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist bei Regenwetter. Jetzt ist auch da oben das Licht, ja. Ich glaube, gleich geht hier richtig die Luzi ab. Ich habe gar das Gefühl, irgendwas wird hier gleich passieren, was mir nicht gefallen wird. Deswegen. Ich sollte nicht rennen. Weil das könnte auch dann unser Verderben sein, weil Rennen. Ihr wisst schon. Rennen an und für sich böse. Also eigentlich mit der Tür hier. Verschlossen. Habe ich mir gedacht. Ich glaube, wir fangen von links an. Jetzt die Mitte vielleicht. Hey, wir haben einen Geheimgang gefunden. Wieso springst du da runter? Bist du besoffen? Naja, das Spiel will eh, dass wir da runter gehen, also. Wir hätten nur einfach abhauen können. Hey, wir sind wieder im Hotel. Hurra. Ihr merkt, ich bin sehr begeistert, ne? Aber ich habe immer auch das Gefühl, wir nähern uns dem Finale. Guten Morgen, Chicago. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einer Eilmeldung. Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die beim Brand in einer verlassenen Lagerhalle im Stadtteil Fulton River gefunden wurde und den vermissten FBI-Agenten Hector Munday handelt. Munday wurde als der Killer-Agent identifiziert, dessen jüngste Mordserie die Einwohner von Chicago in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Sprecher der Polizeibehörde Chicago bestätigte, dass Munday vier Morde begangen hat. Eine davon gestern Abend. Es handelt sich um den Polizisten Patrick Stanley, einen erfahrenen Beamten mit 22 Jahren Berufserfahrung. Das Feuer wurde heute Morgen gegen 5 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die geborgene Leiche war durch Verbrennungen völlig entstellt. Doch die Polizei konnte Munday anhand zahnärztlicher Unterlagen identifizieren.